Die komplette Palette Der erste Teil der Band ist schon hier, jetzt folgt der zweite Teil. Wollen wir mal die Instrumente auf die Bühne bauen, ne? Der erste Teil der Bühne bauen, ne? Der erste Teil der Bühne bauen, ja! Der zweite Teil der Bühne bauen, ne? Dankeschön! Vor der Eröffnung ist immer das Soft-Opening, hier wird installiert und installiert, eine Beamer-Box wird gebaut, Felix nimmt sich hier die Keys vor und die Amps und ich baue jetzt eine Disco-Palettenkugel aus Spiegeln. Wir haben schon eine kleine Weißweinprobe vorgenommen, aber das ist ja auch okay. Die komplette Palette. Mach's dir selbst! Da passen alle rein! Kein Chance! Komm wir bauen ein Haus!